Hey Freunde und da sind wir wieder zurück mit Splinter Cell Convition. Quantum, bist du bereit? Jawohl, ich bin bereit um zu töten und... Richtig, wir räumen jetzt richtig auf hier und haben keine Gnade mit irgendjemanden. Ah, absolut nicht. Ich nehm sie hart. Ich nehm sie hart und schiesse... Da ist schon wieder nichts explodiert. Was waren Explosions, du? Da, da ist nichts explodiert schon wieder. Dieses nichts. Weisst du, du siehst nichts und dann explodiert das nichts. Was guckst du da? Ich hab überlegt, wie das nichts explodiert. Ach so. Aber dann hab ich... Mein Kopf ist ja auch nichts und dann hat diese Überlegung zu nichts geführt. Das ist nicht logisch. Und deswegen auch logisch. Wo müssen wir hin? Ich glaube wir müssen das hier abknallen, dann öffnet sich die Mauer hier. Geh in Deckung! Geh in Deckung, Quantum! Du machst alles kaputt. Geh in Deckung! Ich bin gedeckt. Okay, pass auf. Drei, zwei, eins! Wow! So eine Explosion. Steht die Wand noch? Da ist nichts passiert. Scheiße. Ich kann hier nicht drauf. Ich kann hier runter. Aha! Ich dachte schon, du springst. Ich nehm normalerweise üblicherweise die Treppe. Ich kann wieder nicht runter. Moment. So. Ja. Treppen. Mhm. Und jetzt? Ja? Zieh nicht in das Eck. Dort steht nichts. Dort steht nichts. Hör auf! Ich muss wieder schreiten! Komm! Ich öffne die Tür! Ich komme! Gleitet sich! Hier sind... Was? Warum? Was? Hier passiert nichts. Gut. Ich wollte auch gar nicht zu dieser Türe. Was hat denn dieser Typ da einmal noch gemacht, den wir verhört haben? Der hat irgendwie geklopft oder sowas. Hm. Das ist zu kompliziert. Haben wir diese Fähigkeit schon? Ich weiß nicht. Dann sind wir schon gelevelt. Hey. Du kannst ja jetzt nur Türen eintreten, ne? Ja. Scheiße. Ich kann noch nichts. Na gut. Wir sollten vielleicht wieder dieser Meta-Anzeige folgen. Das wäre vielleicht ganz praktisch. Aber stell mal vor, die sperren mich ein in einen Raum mit Türen. Weiß ich bin ja noch nicht gelevelt und kann die Tür nicht öffnen. Grausam wäre das. Grausam. Ich hab hier so ein komisches... Ah! Was denn? I. Leer. Ich hab was passiert. Was hast du da fallen gelassen? Hab ich ne Explosions? Schmeißen wir jetzt Granaten und... Ich weiß nicht, was jetzt passiert. Ähm. Ähm, ja. Irgendwie werd ich immer brüder. Hier ist dran. Ein Meter. Äh. 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 Ist der Part schon zu Ende? Ich weiß nicht. Ist das Spiel jetzt aus? Haben wir es geschafft? Ich denke es ist vorbei. Ich denke wir haben... Gut. Das war's. Also... Ich check's auch nicht. Kommt der jetzt nicht in ein Taxi oder sowas? Genau. Oh, ich muss auch eins legen. Meine Güte. Ah, meins ist weiter. Ich hab jetzt gewonnen. Ich krieg da eins. Was? Ist wie GoGo-Spiel. Oh no. Sichern. Oh no. Oh no. Oh no. Die Lichter. Oh nein. Was gemacht? Ich kann sie nicht ausmachen. Wie gemein ist das denn? Oh Gott. Was sind das für teuflische Lichter? Ja, das sind Lichter vom Staat. Die dürfen wir nicht umlegen. Weißt du? Ich. 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 Du bist tot? Nein. Handlungsunfähig. Das ist ein Unterschied. Bam. Ich geb dir... Du hast noch Zeit. Okay. Okay. Ich geh mal duschen. Geh schnell duschen. Geh schnell duschen. Hey. Spidoras. Mutti. Nun. Ja. Danke. Es tut so gut. Ja. Genieß es. Ab da unten ist einer. Die wollen rein. Wir rumspielen. Was? Wo rein? Ich weiß es nicht. Wo? Nein. Wo gehst du hin? Oh mein Gott. Beleb mich wieder. Beleb mich wieder. Gib mir einen Kuss. Gib mir einen Kuss. Das ist kein Kuss. Das ist kein Kuss. Nein. Das war die Doppelladung. Kann das sein? Ups. Da hab ich gewollt. Hey. Okay. Mein Körper tut was er will. Mein Körper tut was er will. Da unten ist die. Wow. Scheiße. Was? Ich versteh nicht. Ich auch nicht. Ich sag einfach nur was. Ist hinter uns? Ja natürlich. Ich weiß nicht was ich. Ich hab Angst. Rauch ein bisschen. Scheiße. Unser Taxi ist da. Taxi. Warst du Kleingeld? War ein Trinkerl? Scheiße. Das wäre unhöflich worden. Ich hab doch nicht geschossen. Gott sei Dank gibt's keinen. Okay. Okay verschwinden wir Quantum. Schnell verschwinden wir. Ja ich bin. Ich bin auf dem Weg zum. Oh nein. Nein. Warst du jetzt noch im Leben? Nein. Achso. Gut. Also ich meine. Blöd aber. Achso. Ja. Ja. Ist das nur ich? Ja klar. Ich hab mich extra. Ich bin extra gestorben weil du gestorben bist. Du bist zu dem. Und deswegen. Gott. Das. Was machst du hier für. Moonwalk. Du dachtest ich bin abgestützt oder? Nein. Vorsicht. Ich. Woll dich ein wenig verwirren. Oh. Du machst Explosion. Aber richtig. So. Okay. Hast du das nichts gesehen? Explosion rein. Hast du nichts gesehen Quantum oder wie? Was denn? Ja das ist nichts. Hast du nichts gesehen? Nein nicht. Nichts. Was? Gebt doch keinen Sinn. Nimm einfach das hier. So. Ich stehe auf dieses Zeug. Ja das ist voll. Ah. Du hast es nichts gesehen. Aber da war nichts. Ach. Diese Geräusche. Also ich. Hab ich gerade russisch geredet? Du bist russisch. Achja. Das ist ganz normal für dich. So guck mal. Die liegen da. Toll. Ähm. Okay. Also gut. Dann müssen wir jetzt verstecken. Irgendwie. Ah. Wir können hier runter springen. What? Ja. Und dann hängen wir hier so rum. Richtig. Hab da. Da 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 da. Da da da. Blocken. Ah knocken. Blocken. Oh oh oh. Ja ausknocken. Ich glaube das war ausknocken. Das nehmen wir einfach aus ausknocken. Los. Rechts kommt. Ich klettere nach oben. Nein. Ich bin. Ich. Oh oh. Ich stell mich tot. Okay. Das ist gut. Gut. Ich bin gleich da. Da hinten ist einer. Der wartet noch auf dich. Oh nein. Das war jetzt bei mir. Das sind zwei. Okay. Er ist hinten im Eck. Okay. 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 Ist da noch einer? Und töte ihn. Oh. Nicht. Weil ich nachladen muss. Jetzt ist er tot. Ey. 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 Ich hab kein Geld. Du hast kein Geld? Du hast kein Geld? Aber du bist auch YouTube Partner. Hoho. Millions of Brilliant. Ja. Aber sowas von. Oh. Ich steig mal ein. Nein. Es geht nicht. Nein. Ah. Scheiße. Aber wir können Leute markieren. Quantum. Falls du nicht wusstest. Lass mich ihn holen. Wenn ich ihn markiere. Ich werde diesen. Überhaupt nicht mehr markieren. Ach guck mal. Ein bisschen springen. Hä? Hä? Ich mach slow mo. Tschüss. Aber ich will auch springen. Oh no. Von dir konnte ich nicht wegfliegen. Nein. Scheiße. Weil ich etwas zu schwer war. Komm spring. Warte zuerst. Ich töte den hier. Upsa. Okay. Okay. Quantum. Was ist denn? Gib mir deine Hand. Ah. Scheiße. Warte jetzt. Ich springe. Fast rum vom Dach. Nee warte. Moment. Springe. Okay. Ich auch. Oh. Oh oh. Oh oh. Ich slide. Ich slide dafür. Ach du musst mir deine Hand geben. Jetzt. Ich komme. Halt dich fest. Gib mir deine Hand. Und wir pflegen. Für mich ins Abenteuerland. Willkommen in Moskau meine Herren. Mein Name ist Valentina. Ich werde sie in dieser Phase der Information betreuen. Hallo Valentina. Ja. Ist gut so. Witzig. Halt dich zurück. Ich bin ja schon ruhig. Wir haben die Seriennummer des Lenkssystems, das sie gefunden haben, überprüft. Der Nachrichtendienst hat herausgefunden, dass Jastrap den Rest der Ladung an den Geraden verkauft hat. Offiziell besteht ihr Missionsziel darin, in den Jastrap-Komplex einzudringen und die längste Systeme... Die Kapitur. Die Kapitur. Wir sind immer noch hier. Ich quatsch dir. Die Valentina. Gibt keine. Unsere Quellen haben sie als vier EMP-Sprengköpfe identifiziert. Jeder davon klein ist, um in einen Lieferwagen zu passen. Der Aufbewahrungsort der Sprengsätze. Ist auch schon vorbei? Wurde doch grad spannend. Ich könnte hier stundenlang lauschen. Ja. Oh man, war das an den Kommen. Das war eigentlich total einfach. Ja, richtig. Und dann... Na, der Wind war halt stark. Ich hatte wieder Blackscries. Oh, Claude Valentina, shut up! Sie kann nicht aufhören. Nein, sie wird jetzt ganze Zeit reden. Ja. Wo steckt eigentlich Agent Hansen? Agent Hansen wurde aus Sicherheitsgründen abgezogen. Mehr darf ich dazu nicht sagen. Der wurde abgezogen? Scheiße. Okay. Gehen wir los, oder was? Oder was? Ich denke, das ist ein perfekter Moment, um hier Schattenspiele zu machen. Schattenspiele? Oh. Oh. Guck mal, ich bin ein Geheimagent. Wow. Wie machst du das? Ich bin ein gut sehender Geheimagent. Oh, wie machst du denn das? Schau mal wie groß ich bin und du bist so... Okay. Oh. Warte. Ich bin trotzdem größer. Ich bin trotzdem größer. Ja. Sehr relativ. Guck mal, wenn wir das so machen, dann bilden unsere Wochen ein Herzchen. Ist es komisch. Wenn du dich so umdrehst... Ne, ich bin größer. Ach. Warte, soll ich mal einen Hund machen? Ja. Boff, boff. Sah so aus, oder? Das ist brillant. Perfekt. Was ist das? Wow. Ich wollte einen Igel machen. Lass uns weitergehen. Wie tief hier. Was zum... Diese Schatten. Können wir nicht einfach Intellekt... Intell... 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 Warte, warte. Intell... 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 Duden. Irgendwas... Dude? Wie Dude? Dude. Dude. Dude-Anne. Ich geh jetzt und schlag das Wort nach. Ja. Ich mach auch irgendetwas. Wichtiges. Ja. Und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder von Kompission. Tschüss. Tschüss.